Ein Pautchen hat ein neues Spielzeug. Die einfachsten Sachen sind immer die besten. Eine Katze will ja nicht teuret. Na, ist der Pautchen wieder glücklich. Ist ja eben hier vom Hocker gefallen. Schade, dass ich da die Kamera nicht anhatte. Ja Ulrike, was hast du denn da ran gemacht? Das steht die Fältchen, super. Und dann, was das war. Ja. 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 Das ist eine lange Zunge. Das ist aber schön. Dann haben wir gleich ein Video für morgen. So, ich denke mal, das reicht. Wappolchen, das reicht.